Na du geiles Häschen? Hi! Bei dir stellen sich nicht nur meine Lauscher auf. Baby, du musst der wahre Grund für die Erderwärmung sein. Bei dir steigt mein Wasserpegel. Du bist das Schärfste, was mir je zwischen Borkum und Heringsdorf begegnet ist. Wenn Schönheit Musik wäre, wärst du ein Haftbefehl song. Du hast nicht zufällig 30 Sekunden Zeit und 20 Zentimeter Platz? Du hast nicht. Dachte ich mir. Schatz! Oh, scheiße Mann! Auch ich als Fahrradfahrer bin vollwertiges Mitglied der Scheißgesellschaft, okay? Und? Was willst du machen? Willst du mich schlagen oder was? Ne, Mann, ich war grad bei der Maniküre. Aber der will! Sag mal, Schnuckelbärchen. Sehe ich mit dem Hut fett aus? Ich hab aber auch ganz schön zugenommen, oder? Wenn ich nicht bald abnehme, dann machst du bestimmt mit mir Schluss. Ja. Das macht mich so scharf, dass du so ehrlich bist. Da hat jemand eine Belohnung verdient. Hast du was gesagt? Denk dran, mein Kind! Guck ihn niemals! Krass, Russlaria! Du wirst nie wieder schlafen können! Du Schwast! Hey, Alter! Gib mir deinen Scheißdähen, Mann! Gib! Alter, das ist ein Überfall! Pass auf, okay? Alter! Hallo! Ey, das war jetzt unhöflich irgendwie. Wer ist Susi? Gib mir dein Geld! Danke, du bist ein sehr nechter Mensch. Quack! Ich hoffe, das war euch, Lehrer. Ich passte im Alltag auf. Ja, vielen Dank, Davis, Schulz und Vanessa. Findet ihr beide in der Videobeschreibung. Wir lieben sie. Da drüben findet ihr die Playlist zu Gefahren des Alltags. Haben wir jetzt schon vier Teile und darunter auch unser letztes Video. Ich in einer Box. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.